Der Sommer ist vorbei und die kalte und dunkle Jahreszeit ist im Anmarsch. Für viele bedeutet das stärkere Ängste und generell eine schlechtere Stimmung bis hin zu depressiven Verstimmungen. Heute möchte ich dir zeigen, wie du besser durch die dunkle Jahreszeit kommst. Los geht's! Herzlich willkommen, ich bin André und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann starte jetzt am besten, indem du den Kanal abonnierst und die Glocke drückst, um in Zukunft kein Video mehr zum Thema Angstbewältigung zu verpassen. Es gibt so einige Theorien, warum wir uns im Herbst und im Winter so viel schlechter fühlen als im Sommer und heute möchte ich dir mal meine Perspektive zeigen und was du meiner Meinung nach tun kannst, um besser und vor allem glücklicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. In diesem Video wird es um drei große Aspekte gehen und am Ende möchte ich dir nochmal einen kleinen Bonus mitgeben. Dann lass uns direkt starten und das ist der erste große Aspekt. Kürzere Tage, weniger Sonne. Und da geht es vor allem um Vitamin D. Vitamin D ist kein Vitamin, sondern ein Prohormon, also der Vorgänger eines Hormons. Und welchen Einfluss Hormone auf die Stimmung haben, muss ich wahrscheinlich niemandem und wahrscheinlich erst recht nicht den weiblichen Zuschauern erklären. Und dieses Prohormon, also Vitamin D, wird durch Sonneneinstrahlung über unsere Haut synthetisiert. Das heißt im Umkehrschluss, dass es in der dunklen Jahreszeit eine, ich sag mal, eingeschränkte Produktion von Vitamin D gibt, weil die Tage kürzer werden, die Kleidung länger wird und die Intensität der UVB-Strahlung abnimmt. Doch warum ist das überhaupt von Bedeutung? Wofür ist Vitamin D überhaupt zuständig? Vitamin D ist nicht nur für viele Stoffwechselprozesse im Körper zuständig, sondern was in diesem Zusammenhang viel wichtiger ist. Immer mehr Studien zeigen einen möglichen Zusammenhang zwischen einem Vitamin D-Mangel und einer schlechten Stimmung bis hin zu Ängsten und depressiven Verstimmungen. Dazu werde ich dir einfach mal ein paar Artikel und Studien unter dem Video verlinken. Das würde auf jeden Fall erklären, warum so viele Menschen, besonders in der dunklen Jahreszeit, unter stärkeren Ängsten und depressiven Verstimmungen leiden. Für die meisten Menschen in Deutschland ist Vitamin D das ganze Jahr über Mangelware. Und wenn es jetzt draußen dunkel wird, dann sinkt der Vitamin D-Spiegel natürlich noch weiter. Doch was kannst du dagegen tun? Am besten gehst du zum Arzt seines Vertrauens, lässt deinen Vitamin D-Spiegel messen und dann lässt du deinen Vitamin D unter ärztlicher Aufsicht auffüllen. Am besten erwähnst du dazu, dass du eine Stoßtherapie machen willst, also deinen Vitamin D-Spiegel schnell auffüllen, um den Vitamin D-Spiegel schnell wieder auf Vordermann zu bringen. Und da ist es ganz wichtig, dass du das unter ärztlicher Aufsicht machst, weil es da mehrere Faktoren gibt, die du beachten musst. Weil es besonders bei hohen Dosen Vitamin D einige Probleme geben kann und es da noch einige andere Sachen gibt, die dazu eingenommen werden müssen. Und da ist es mal besser, wenn da ein Fachmann mit drüber schaut. Kommen wir zum zweiten großen Aspekt und das ist Bewegung. Bewegung ist auch für viele Mangelware und auch hier läuft es wieder genauso. Wenn es draußen dunkel und kalt wird, braucht es natürlich viel mehr Überwindung, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Man sitzt natürlich lieber zu Hause mit der Decke auf der Couch und schaut einen Film und trinkt Kakao, statt irgendwie im Nieselregen oder im Schnee irgendwie laufen zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Doch ich kann es nur immer wieder sagen, Bewegung ist absolut essentiell für einen gesunden Körper und auch einen gesunden Geist. Außerdem sorgt fehlende Bewegung dafür, dass der vorhandene Stress nicht richtig abgebaut werden kann. Und irgendwann staut sich das Ganze und wo viel Stress ist, ist auch viel Angst. Und deshalb kann es sein, dass besonders Menschen, die sowieso schon unter Ängsten leiden, dass sich bei diesen Menschen im Winter die Angst verstärkt. Um also nicht einzurosten und der Angst entgegenzuwirken und der schlechten Stimmung entgegenzuwirken, bietet sich eine tägliche Sportroutine an. Und das Ganze muss nicht mehr draußen stattfinden. Du kannst dir einfach ein Springseil kaufen oder mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Kniebeugen, Liegestütze, Jumpingjacks, da wird der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und immer mehr Studien zeigen, dass Sport teilweise einen positiveren Einfluss auf Ängste und schlechte Stimmung hat, bis hin zur Depression, als antidepressiver und angstlösende Medikamente. Dazu werde ich auch mal einen Artikel und eine Studie unten verlinken. Komme ich zum dritten großen Aspekt und das sind die eigenen Gedanken. Wenn es draußen trüb wird, werden meist auch die Gedanken trüber. Und wenn jetzt an diesen Gedanken und Geschichten festgehalten wird und diese immer wieder bewertet werden, dann löst man neuen Stress aus, was dann auch wieder zu mehr bzw. stärkerer Angst führen kann. Gerade bei depressiven Verstimmungen und bei Ängsten spielen diese negativen Gedankenspiralen meistens die Hauptrolle. Und sobald man aus dieser Gedankenspirale ausbrechen kann, verliert die Angst ihre Macht. Und deshalb ist es so wichtig zu meditieren. Und besonders wenn es draußen kalt und dunkel ist, verbringt man sowieso mehr Zeit zu Hause und hat meistens viel mehr Freizeit. Und diese Freizeit kann man jetzt sinnvoll nutzen und sich eine Meditationsroutine aneignen. Das heißt zum Beispiel morgens und abends 20 Minuten meditieren. Und von dieser Achtsamkeit, die dadurch trainiert wird, wirst du nicht nur in der dunklen Jahreszeit profitieren, sondern wirst dein ganzes Leben lang davon profitieren, solange du diese Routine aufrechterhältst. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, wenn du unter Angst leidest und ein Fan von Kakao und heißer Schokolade bist. Schokolade beinhaltet Theobromin. Und warum Theobromin nicht die beste Wahl ist, wenn du sowieso schon unter Ängsten leidest, darauf will ich jetzt mal kurz eingehen. Theobromin kann besonders in hohen Mengen zu Anspannung und Nervosität führen. Also ähnlich wie Koffein und dass man Koffein streichen sollte, wenn man unter Angst leidet, sollte glaube ich keine Neuigkeit mehr sein. Und ähnlich wie Koffein wirkt Theobromin stimulierend und kann somit schnell, besonders wenn man unter Ängsten leidet, fehlinterpretiert werden. Das heißt, man trinkt jetzt, weiß ich nicht, 5 Tassen Kakao als Beispiel. Dann kommt es zu körperlichen Symptomen, dadurch dass Theobromin eine stimulierende Wirkung hat. Und jetzt kommen wieder Geschichten auf, was dieses körperliche Gefühl sein könnte. Und dann kann es sein, dass man sich schneller als einem lieb ist, wieder in diesen negativen Gedankenspiralen befindet. Und da dann wieder rauszukommen, ist schwerer, als einfach auf Kakao zu verzichten, beziehungsweise Kakao nur in Maßen zu genießen und nicht in Massen. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um dabei zu bleiben. Und wenn du den Kanal unterstützen willst, dann kannst du das am besten tun, indem du dem Video einen Daumen nach oben gibst, das Video teilst und einen Kommentar hinterlässt. Dann würde ich sagen, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch wieder. Bis dann!